Meine Damen und Herren, in unserer Reihe mit Filmen des Regisseurs Blake Edwards zeigen wir nun den Western Missouri mit William Holden, Ryan O'Neill und Karl Malton in den Hauptrollen. In seinem 1971 entstandenen Film beschwört Blake Edwards den Western, den wilden Westen, so wie ihn die Westernfreunde lieben, mit aufrechten Männerfreundschaften, spannenden Schießereien und wilden Jagden durch das weite Land. Er erzählte aber auch von den alltäglichen Sorgen der Cowboys und von ihren großen Sehnsüchten.